Ich denke, das Ergebnis geht insgesamt in Ordnung. Das Beste aus unserer Sicht war am Ende sicherlich auch das Ergebnis. Wir haben das nur über Teilweise des Spiels gut gemacht. Wir hatten dann Phasen, wo wir einfach zu viel Konter zugelassen haben, auch schon zum Ende der ersten Halbzeit. Das hat mir nicht so gut gefallen und sicherlich war es für uns trotzdem auch, ich habe gerade noch mal mit den Spielern gesprochen, schon eine Umstellung, was den eigenen Ballbesitz angeht, auf Kunstrasen zu spielen. Sie haben die Tiefenbälle schon gesehen und auch immer wieder gesucht, aber der Platz ist natürlich anders als Rasen. Der Platz wird im Laufe der Zeit dann einfach auch stumpfer und deswegen haben wir nach vorne natürlich auch das nicht so gespielt, wie wir das normalerweise können. Aber am Ende ist wichtig, dass wir weitergekommen sind. Besonders ärgerlich natürlich die Verletzung von Lukas Krüger. Das sieht nicht gut aus. Wahrscheinlich eine Innenbandverletzung und für den Jungen ist es natürlich richtig bitter. Ich wünsche Hecken und meinem Kollegen natürlich jetzt alles Gute für die Liga. Auswärts am Sonntag, glaube ich, wieder in Irrebro und auch für die nächsten Spiele drücke ich fest die Daumen. Ich möchte mich noch mal bedanken für die Gastfreundschaft, die wir an allen Ecken und Enten gespürt haben, auch was ich heute Mittag gehört habe vom Official Lunch. Meine Vorstandskollegen waren alle begeistert und deswegen von ganzem Herzen alles, alles Gute und danke für die Gastfreundschaft. Danke. You're welcome. Thank you. Is he allowed to travel to the Sunspan? Yes, he will be allowed to travel. I think if his wife gives birth to the first child, it's normal that he wants to be there and together with her. Let's hope that the baby will come over the weekend. If not, then he will be back on Monday in Leipzig and then we will see what will happen from there. So, yes, he will be allowed and I think he also deserves it. What do you say about his performance? Yeah, as I said yesterday, I think it was okay. Also for him it was unusual. I think the last time he played on an artificial surface was, I don't know, five years ago, maybe in Malmö when he played for Malmö, but definitely not in Salzburg or in Leipzig. But again, he and the whole team, but especially also him, he needs to improve physically. You could also see today in one or two situations that he's good on the ball, everybody knows. But in order to play in our style of football, especially when we have the full team available, he needs to be fully fit and this is what we will work on in the next couple of weeks. So, welcome to the press conference, a little bit late, but feel free if you have any questions. I think I answer in English so that everybody can understand. I think, as I said, the best of today's game for us from our perspective was the result. I think Hecken deserved the draw, definitely. We conceded too many counter-attacks in the whole game. I think we controlled the game in the first 20-25 minutes. Yes, that's true, but after that, in the last 15 minutes of the first half, we conceded too many counter-attacks for two reasons. Number one was that the other team did it well. They took balls away from us, but we also allowed them to take the balls away from us. And the reason for that was that we kept the ball too long in our feet, too many touches. And this is what we did a lot better in the first leg when we played at home. But, again, it was a different environment for us regarding the surface. And, as I said before, the players, they were trying to find the spaces where we normally play the ball into, but it was more difficult on this kind of surface for us. But, of course, it was not the best of our games. we can play a lot better, but in the end, what's important for us is that we went through. So, a knee ligament, probably the lateral ligament. He will fly home tomorrow together with Uli Walter, and then we will have a final diagnosis tomorrow. Can you say something about Massimo Blumos, if you have a problem? It's important to me to show you that he doesn't have to be here, but that he doesn't have to be here. I think, I'm going to give it to you. I'm going to say it again. He has absolutely earned it. It's not a simple situation for him. He has done it all well. 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 But for him is very much fun. I wish to wish that he, maybe even before the transfer period, he has a chance to get him, where he will be needed to be used to the game. Yeah, the colleague has also got that. He has said that he's got 16. Lukas is a body fitter, he has a lot of pictures. griffiger. Und gerade Lukas ist ein Spieler, der lebt natürlich von seiner Physis und die hat er offensichtlich jetzt wieder eher. Ich finde auch, dass er es gut gemacht hat auf beiden Positionen, innen wie außen. Und auch Willi und Diego waren heute natürlich Stabilisatoren ohne zu glänzen, aber sie haben trotzdem so gespielt, wie man als Profi in so einem Spiel einfach spielen muss. Und ja, Lukas freut mich. Ich hoffe, dass er so weitermacht, dass er gesund bleibt und dann wird er hoffentlich auch wieder zu so einem wichtigen Spieler, wie er für uns ja auch schon in der zweiten Liga und im ersten Jahr dann leider nicht, weil er ja das Kreuzband gerissen hatte, wie er schon war. Ja gut, wir hoffen ja, dass wir weiterkommen in der Euroleague. Der erste Schritt ist getan. Jetzt spielen wir nächste Woche gegen Krajowa und am Montag wissen wir ja auch, sollten wir gegen Krajowa weiterkommen, gegen wen wir dann spielen. Ich meine, wir machen ja den ganzen Aufwand nicht, um dann irgendwann ehrenvoll auszuscheiden. Wir wollen jetzt schon weiterkommen. Wir wollen auch in die Gruppenphase. Und wenn wir in der Gruppenphase spielen, wollen wir schon auch den Kader nutzen, auch die Breite des Kaders und die Qualität des Kaders. Und da gehören die Torhüter für mich auch dazu. Deswegen wäre es natürlich wünschenswert, auch für die Torhüter, dass wir in der Euroleague zusätzlich spielen, damit eben auch die Torhüter Einsatzzeiten bekommen.